Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu dem nächsten Spieltag, und zwar Borussia Dortmund gegen Hannover 96. So, dann wollen wir mal... Oh, wir spielen Bonds im Stadion. Das sollte doch ein Tor wert sein. So, bei Hertha, bei Hannover 96 sind zwei Leute verletzt. Gut gehalten. Gut gehalten. Borussia Dortmund. Beber B. Hannover 96. Hannover hat Anstoß. Setzt auch schon gleich kurz im Angriff gegen... Großkreuz. Oh. Oh, 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 was war das? So, alle mal zurück. Schlimmes Ding, gut gemacht. Wurde gestoppt. Kicker. Großkreuz. Kargava. Oh, Barrios. Barrios hat freie Laufbahn. Und Ecke. Ich müsste aber einmal was gucken. Team Management. Kargava. Oh, Kargava ist verletzt. Den wechseln wir natürlich sofort aus. Gegen Leitner. Er hat eine Schulterprellung. Das wollen wir natürlich nicht riskieren hier, dass er sich noch was bricht. Und dass wir ihn erst noch los haben. Oh, Gott ist da wieder... Bisschen zu doll. Wender. Ja. Was jetzt? Ich konnte nichts sehen. Bam. Put your hands up. Ah, komm. Das war doch nicht gefoult. Ihr Pissen, Ecke. Nein. Geht doch nur daneben. Sag ich doch. Ja. Und ich schieße wieder hin, wo keiner von mir ist. Schönes Ding. Leitner. Barrios. Und kein... Du läufst auch nicht hin, ne? Haha. Upsides. Oh, Entschuldigung. Super Tag. Oh, Alter. Du Pissen, Ecke. Oh, schau. Oh, Glückwunsch. Nein. Gut gemacht. Aus. Einwurf für BVB. Götze. Schönes Ding. Gut dabei gewesen. Oh. Einwurf. Einwurf, einwurf, einwurf. Einwurf. Was jetzt? Hä? Seh ich genauso. Ich hab nicht mal was getan. Ihr Pisser. So, Leitner. Ähm. Häääää. Ähm. Gut gemacht. Super Tag. победing weg sind. Der nächste Stacker Ein Wurf für Brossier Dortmund Leitner Großkreuz Bender Barrios Ecke Ah shit Immer wieder Ruhe Leute Subtitel Naaah steht auch keiner Immer wenn ich passen will Oh der ist Maus Naaah Nein Traurig traurig Naaah So 45. Stilminute Das müsst ihr jetzt Jeden Augenblick zur Halbzeit abpfeifen Erstmal hat Leitner noch freie Bahn Und Halbzeit Es steht 0 zu 1 von 496 Und los Und los Bender Bender Götze Jetzt müssen wir das ganze ein bisschen ruhiger Angehen und ein bisschen taktischer Denn wir wollen ja nicht verlieren Nein, war aber gut, nur leicht verkehrt, jetzt noch bloß komm zum zweiten, 2 zu 0, oh Mann. Ob ich das noch einhole? Jetzt kommst du zum 3 zu 0 oder was? Jetzt barriere ich es. Oh Mann. Schönes Ding. So, jetzt aber ein Großkreuz. Nein, was mache ich denn da? Ihr abgefixt ein Hühner, ey. Dann mal wechseln. Du kommst rein. Achso, ich kann nicht mehr. Okay, okay. 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 venteln aus dem Spieltag. und Tschüss. und Tschüss.